Hi und herzlich willkommen zu Part 73, unseres traumhaften Indieser Let's Plays mit der lieben Romy. Es wird nicht mehr oft vorkommen, dass wir das so sagen werden, denn es wird langsam aber sicher an der Zeit, dass wir hier mal so ein bisschen ins nächste Let's Play übergehen. Ihr habt mir ganz fleißige Kommentare geschrieben, ich habe mich sehr darüber gefreut, ganz viele Ideen, wie es denn weitergehen könnte mit den Mädels und auch mit Noah. Und ja, die häufigst genannte Idee in verschiedenen Konstellationen war tatsächlich, dass Stella Anne und Luna Marie sich so ein bisschen zanken. Ich drücke das mal vorsichtig aus, weil ich nicht genau weiß, inwieweit ich das gehen lasse. Aber ich finde die Idee tatsächlich gut. Ich finde, wir sollten nicht immer nur die heile Welt spielen, denn es ist einfach auch unter Geschwistern nicht so. Es gibt immer mal ein bisschen Krise, besonders wenn ein sehr gut aussehender junger Bursche namens Felix im Raum steht. Felix und Stella Anne hatten sich an Silvester, ich habe übrigens vergessen, das Feuerwerk zu zünden, ups, haben sich an Silvester ein bisschen angenähert und Stella Anne war schon die treibende Kraft. Sie hat die ganze Zeit versucht, ihm klar zu machen, so hey, ich stehe auf dich, ich will was von dir. Und Felix war eher so, ja, mach mal langsam, Girl. Denn was wir alle nicht wissen ist, dass Felix eigentlich auf Luna Marie steht. Er würde viel lieber mit Luna Marie zusammen sein. Er selbst ist ja auch ein bisschen an der, er ist ja so ein Öko-Fanatiker und er findet den Lebensstil von Stella Anne und ihre Sichtweisen schon sehr eingebildet und überdreht. Und er interessiert sich eben eher für die ruhige Luna Marie, die so eher an der Seite ist von ihrer Schwester und eher so ein bisschen im Schatten steht. Und das werden wir jetzt in diesem Let's Play spielen. Das heißt, wir werden es ein bisschen spicy machen und Luna Marie und Stella Anne werden sich in die Quere kommen. Denn sie wird rausfinden, also Stella Anne, dass Felix vielleicht eher auch Gefühle für Luna Marie hat und dass die beiden sich sogar schon gedatet haben. Das wird natürlich das Fass zum Überlaufen bringen. Bevor ich jetzt aber noch weiter tratsche, würde ich sagen, wir gehen direkt ins Game und ich erzähle euch weiterhin, was passieren wird, okay? Weil ich habe noch mehr Ideen von euch. Also, los geht's und ganz viel Spaß bei diesem Part. Hier sehen wir schon Stella Anne, die sich am PC zu schaffen macht und ich weiß nicht, sie ist gerade irgendwie in einem Chatforum unterwegs. Vielleicht findet sie über eine Freundin raus, dass eben Luna Marie und Felix ein Date hatten. Es kann ja sehr gut sein, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, drücke jetzt mal Play. Es kann ja sein, dass sie vielleicht gesehen wurden und ihr das... Du hast recht, Luna Marie, heute ist ein toller Tag, ziehen wir los und dann besöhnen wir uns. Luna Marie, hast du ihm geschrieben? Nein, jetzt ist es weg. Oh nein! Jetzt ist es weg. Ich war zu geschockt darauf. Ich war zu geschockt einfach. Luna Marie hat gerade eine SMS bekommen. Hast du Felix geschrieben, ohne dass ich das gemerkt habe, Fräulein? Girl, can we talk about it? Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich hat sie ihm geschrieben, ohne dass wir es mitgekriegt haben. Craisinger! Du musst jetzt auf jeden Fall zu deinem Pfadfinderkurs, alles klar. Und ihr habt euch nochmal ein Umstelling für die ältesten Zwillinge, also für Stella Anne und Luna Marie gewünscht. Das können wir sehr gerne machen, denn ihr findet tatsächlich, dass Luna Marie noch ein bisschen zu jugendhaft aussieht. So kindlich. Das können wir sehr gerne machen, denn Stella Anne hat auch ihre schwarze Phase scheinbar überwunden. Das heißt, auch ihr können wir wieder ein paar andere Outfits geben. Das machen wir heute auch auf jeden Fall. Und der Lebensstil unserer Familie ist natürlich sehr verschwenderisch. Da habt ihr auch recht, das habt ihr mir auch geschrieben. Sehe ich genauso. Ich finde auch, dass hier ein sehr hoher Verschleiß stattfindet. Allerdings, finde ich, ist das halt das, was Romy auszeichnet. Sie hat sich von armen Verhältnissen den Luxus erarbeitet und sie genießt es natürlich auch. Und sie will auch für ihre Kinder nur das Beste. Aber Luna Marie sieht es eben gar nicht so. Sie will eben nicht diesen Reichtum. Was ich noch machen wollte oder was ich euch noch sagen wollte. Ich habe die Alterung jetzt auf normal gestellt. Die stand nämlich die ganze Zeit über jetzt auf lang. Und wir haben selbst gewartet oder wir haben selbst entschieden, wann die Geburtstage stattfinden. Habe sie jetzt auf normal gestellt. Und somit hat Romy tatsächlich schon am Mittwoch Geburtstag und wird zur Seniorin. Das ist ziemlich krass. Das geht jetzt doch ziemlich schnell. Deswegen würde ich ihr tatsächlich auch gerne nochmal einen Auftrag machen lassen. Würde ich ihr gerne nochmal einen Auftrag machen lassen. Dinge Deutsch. Schwierig. Und damit wir da noch ein bisschen Geld bekommen. Denn das Apartment von Noah kostet 111.000 Simoleons. Ich habe das eben nochmal gecheckt. Und wir haben erst 38.000. Und wir haben gesagt, wir machen ungefähr die Hälfte. Damit es auch fair ist für Paulas Eltern. Also, vielleicht können wir Anbau machen wir nicht. Etagenrenovierung ein bisschen groß. Wir machen eine kleine Renovierung. Gibt es denn was Kleines? Eine Wohnzimmerrenovierung. Na klar. Wir machen eine fantastische Wohnzimmerrenovierung am nächsten Tag. Das ist vollkommen in Ordnung. Und Stella Ann kann ja noch ein bisschen Hausaufgaben abgeschlossen. Texte lernen. Lern du doch mal deine Texte. Okay. Emilia möchte gerne spielen. Öffentlich-städtische Sender schauen. Und etwas herstellen. Haben wir irgendwas? Du könntest hier was herstellen. Ne. Kannst du nicht. Ja, schade. Was machst du hier? Marcel? Da ist niemand mehr. Ich meine, du kannst deine Tochter unterrichten, aber sie ist nicht da. Oh. Verlorenes Abzeichen. Nach einem Pfadfindertreffen hat Luna Marie ein Abzeichen auf dem Boden entdeckt. Es ist eins der höheren Abzeichen, dass ihr noch lange nicht zusteht. Was soll sie mit dem Abzeichen tun? Sie wird es natürlich der Truppenleitung geben, weil Luna Marie ist ein ehrlicher Sim. Und sie kümmert sich natürlich auch darum, dass es für alle fair ist. Und deswegen wird sie sagen, hey, ich habe hier ein Abzeichen gefunden. Ich weiß aber nicht, wem es gehört. Und das ist natürlich, genau, da wird sie auch vom Truppenleiter für ihre Ehrlichkeit gelobt. Natürlich. Wo, Marcel, was geht bei dir? Großartiger Lehrer. Marcel ist ein meisterhafter Lehrer, dessen größte Belohnung die Fortschritte seiner Schüler sind. Marcel, du bist einfach ein Traum. Du bist einfach ein Träumchen. Aber weil du so ein großartiger Lehrer bist, kannst du doch vielleicht mit deiner Tochter ein bisschen die Logikfähigkeit erforschen. Könnt mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass seine Eva, also unsere jüngere Tochter, dass sie eben auch in die Lehrerkarriere irgendwann mal einsteigt. Dass sie eben in die Fußstapfen ihres Vaters treten möchte. Was ist hier? Stella Anne bekommt einen Anruf von Felix. Stella Anne, ich bin's Felix. Wie wäre es mit einer Verabredung? Also Stella Anne hat ja nach dem Date die ganze Zeit darauf gewartet, dass er ein Date mit ihr machen möchte. Und er hat sich die ganze Zeit nicht gemeldet. Sie wird sich jetzt mit ihm treffen. Und wir gucken mal, wie die Beziehung der beiden weitergeht. Weil wir haben ja gerade entschieden, dass es doch gar nicht so schlecht wäre, wenn wir die Geschichte so ein bisschen spicier machen. Indem wir halt auch sagen, dass er vielleicht, ja, auch Gefühle für Luna Marie hegt. Oder auch mehr Gefühle für Luna Marie hegt. Vielleicht versucht er es jetzt einfach nochmal mit ihr, weil er vielleicht auch ein bisschen was über Luna Marie rausfinden will. Und wir können die Geschichte ja ein bisschen so längst, dass er jetzt ständig Fragen über sie stellt. Und was macht Luna Marie gerade? Wo ist sie denn gerade? Ach, sie ist auch Pfadfinderin. Ist sie cool? Und so weiter und so weiter. Äh, hi Felix. Wie schön, dass du gefragt hast. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Das gibt's gar nicht. Ja, was hast du noch so gemacht nach Silvester? Wir haben uns ja gar nicht gehört. War alles in Ordnung bei dir? Ja, war schon in Ordnung, Stella Anne. Also, war halt noch eine wilde Nacht. Ich habe ein bisschen was getrunken, deswegen habe ich nicht so gut geschlafen. Oh ja, ich auch. Ich habe auch ein bisschen zu viel getrunken. Du sag mal, was macht denn eigentlich Luna Marie? Meine Schwester? Ja. Äh, sie ist daheim? Oder bei den Pfadfindern? Keine Ahnung. Wieso interessiert dich das? Nee, ich frage nur so. Ich habe sie vorhin aus dem Haus gehen sehen und habe mich gefragt, wo sie wohl hin ist. Äh, ja. Zu den Pfadfindern wahrscheinlich. Sie macht das ziemlich häufig, oder? Bei den Pfadfindern zu sein. Äh, ja. Ich bin übrigens Schauspielerin. Wusstest du das schon? Ich bin im Theaterkurs und ich bin eine aufstrebende, talentierte Schauspielerin. Ja. Hört sich ja ganz spannend an. Ja, ist es auch. Ist sehr spannend. Also, ich meine, ich werde eines Tages ein großartiger Star werden. Und deswegen, wir leben ja schon in der Stadt der Stars. Ja, es hört sich gut an. Mhm. Oh, was ist hier? War sie gerade böse zu ihm? Mhm. Vielleicht hat sie gesagt so, ja, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es gefällt dir nicht. Doch, es ist schon cool, was du machst. Also... Nun, äh, wollen wir reingehen und was zu essen bestellen, oder was? Ja, können wir machen. Okay, wir gehen mal rein und werden uns eine Schüssel Oliven bestellen. Mal gucken, ob er mitkommt. Ich habe keine Ahnung, ob er draußen stehen bleiben will oder ob er jetzt mitkommt. Äh, Entschuldigen Sie, Sir. Ich hätte gerne eine Schüssel Oliven. Vielen, vielen Dank. Jo, ich mag ja gar keine Oliven, ne? Aber Stella Ann mag Oliven. So sieht es aus. Kommt er jetzt? Okay, er kommt zum Quatschen. Und, ähm, was hast du vor? Was willst du irgendwann mal studieren? Ja, natürlich Schauspielerei. Ist doch klar, dass ich das studieren möchte. Und du? Ich habe mich noch nicht ganz festgelegt. Also, vermutlich werde ich Anwalt, wie mein Vater. Aber, ähm, ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht mache ich auch irgendwas mit der Umwelt. Mit der Umwelt? Werd doch lieber Anwalt. Weißt du, was du da verdienen kannst? Es wird großartig. Ja, ich weiß noch nicht, ob mich das halt auf Dauer erfüllen wird. Ja, bestimmt. Ich meine, wer erfüllt ein Reichtum und viel Geld nicht? Ja, wow, Stella Ann. Das ist schon sehr tiefgreifend. Was meinst du? Leg doch mal dein Handy weg. Ich rede mit dir. Ja, ich habe nur auf die Uhr geschaut. Okay, wir lassen die beiden jetzt hier noch ein bisschen quatschen, während wir wieder nach Hause zurückgehen. Ja, wir werden das Ektis abbrechen. Die können da noch ein bisschen turteln. Während wir aber wieder nach Hause gehen, um uns um die anderen zu kümmern. Mal gucken, wie das Date weiterhin laufen wird. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber wir lassen sie mal machen. Also, hier ist unsere Älteste. Ja, was machen wir denn jetzt? Weil ich habe mir auch überlegt, vielleicht streitet sie sich jetzt dann so heftig mit Stella Ann, dass sie vielleicht einfach mit ihrem Zelt eine Nacht weg will. Dass sie einfach sozusagen abhaut und alle sich dann Sorgen machen und sich fragen, hey, wo ist sie denn hin und so. Und dann hat sie einfach zu viel von dem ganzen Reichtum hier im Haus, von der ganzen Verschwendung an Energie und der unerhaltigen Lebensweise ihrer Familie, dass sie eben für eine Nacht einfach weg will mit ihrem Zelt irgendwo hin. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dass Rumi sich natürlich dann auch Sorgen macht und hofft, dass sie schnell wieder nach Hause kommt. Und Luna Marie da natürlich wieder nach Hause kommt, denn sie ist ja auch verantwortungsbewusst. Aber dass sie einfach über Nacht weg will. Wir lassen Stella Ann gleich wiederkommen und dann wird Stella Ann rausgefunden haben, dass Luna Marie sich mit Felix getroffen hat und sie wird richtig sauer sein. Vielleicht ist es Felix rausgerutscht, als sie sich getroffen hatten. So, oh, hier war ich auch schon mit deiner Schwester. Was? Nein, äh, irgendwie so ganz schlecht einfach, dass es ihm rausgerutscht ist, wisst ihr? Wir müssen uns noch irgendwas für Emilia überlegen. Könnt mir vorstellen, dass Emilia vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Was hat sie denn so für Talente? Sie ist schon sehr sozial, aber auch sehr motorisch. Vielleicht nimmt sie einen handwerklichen Beruf an. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Wir müssen mal uns um Hector kümmern. Nicht anbrüllen! Wieso sage ich immer anbrüllen? Ich will doch Hector nicht anbrüllen. Ich will mit ihm reden. Hector 2.0, aber keiner weiß es. Noah, was geht bei dir? Warst du gerade ein bisschen sporteln? Dann geh doch mal auf Toilette. Und dann kommt jetzt Stella Ann nach Hause. Sie geht jetzt hoch und wird sich jetzt erstmal über ihre Schwester aufregen. Sie werden jetzt darüber streiten, wer besser ist. Und die Abneigung spüren lassen. Während Luna Marie jetzt gar nicht weiß, was hier los ist. Willst du mich eigentlich verarschen, Luna Marie? Stella Ann, was ist denn los? Was meinst du? Glaubst du, ich finde es nicht raus, oder was? Stella Ann, was ist denn los? Ich weiß ganz genau, dass du dich mit Felix getroffen hast. Hinter meinem Rücken. Warum tust du sowas? Warum tust du mir das an? Was? So war das doch gar nicht. Natürlich war das so. Er hat es mir erzählt. Wie, er hat dir es erzählt. Also stimmt es. Naja, also es war eher so gewesen, dass ich... Ich habe deinen Rat befolgt und deinen Blinded. Ich will überhaupt nichts davon hören. Du hast dich einfach mit dem Mann getroffen, wo ich dir erzählt habe, dass ich mich in ihn verliebt habe. Wieso machst du sowas, Luna Marie? Ich dachte, wir sind Schwestern. Wir sind Schwestern. Stella Ann, wir sind Schwestern. Ich weiß gar nicht, was los ist mit dir. Wieso schreist du mich so an? Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Du kannst mich mal. Stella Ann, beruhig dich. Ich habe nichts gemacht. Weißt du was, Luna Marie? Weißt du was? Du kannst mir gestohlen bleiben. Sieh zu, dass du alleine klarkommst. Was ist denn hier los? Mom, lass uns in Ruhe. Wir streiten gerade. Ja, das höre ich. Was ist denn los? Luna Marie hat sich mit meinem Freund getroffen. Das stimmt nicht, Mom. Wie, du hast einen Freund, Stella Ann? Nein, so meinte ich das nicht. Oh Gott, mach das unter euch aus. Ich muss, ich kann mir das nicht anhören. Du hast das alles falsch verstanden, Stella Ann. Luna Marie, ich habe gar nichts falsch verstanden. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr sehen. Du machst mir meine Beziehung zu Felix nicht kaputt. Das hatte ich gar nicht vor. Mal kurz ein anderes Outfit anziehen, dass ich ein schönes Foto von dem Streit machen kann. Und ob du das vorhattest, ich weiß es genau. Ich habe es doch gemerkt. Lass mich einfach in Ruhe. So, jetzt ist sie super traurig, weil ihre Schwester natürlich so gemein zu ihr war. Sie ist traurig und sauer. Und wir gehen jetzt als erstes mal ganz kurz in den Kass und geben den Mädels nochmal ein Umstyling. Und dann werden wir den Plan in die Tat umsetzen. Und Luna Marie wird die Nacht nicht hier verbringen. Abmarsch in den Katz rein. Oder gehen wir shoppen mit den Mädchen? Vielleicht gehen wir dann shoppen, weil Rumi sich denkt, vielleicht beruhigt es die Gemüter, wenn sie mit ihren Töchtern shoppen geht. Und dann kriegen sie ein neues Outfit. Bessere Idee. Okay. Dann werden wir das jetzt erstmal so machen, dass Luna Marie jetzt einfach stinkesauer ist, sich ein Zelt kaufen wird und einfach abhauen wird. Nur sie wird jetzt gehen. Oh, sie nimmt Imran mit. Sie nimmt ihren besten Freund mit und haut mit ihrem besten Freund zusammen ab. Das finde ich großartig. Ich muss hier raus, Imran. Bitte, lass uns irgendwo hin. Ich halte es hier nicht mehr aus. Meine Schwester ist so gemein zu mir. Entschuldigung, was wollt ihr beide jetzt hier? Die nehmen wir natürlich nicht mit. Wo wollen wir denn hin? Leider können wir nicht nach Evergreen Harbor. Das ist sehr schade. Oder können wir? Nee, können wir leider nicht. Ah, doch, können wir. Wir werden nach Evergreen Harbor gehen. Wartet kurz. Ich mach das mal eben fix. Damit wir nämlich sagen können, dass wir da schon das Land oder die Gegend kennengelernt haben, die Stadt kennengelernt haben. Und dann will sie halt dorthin ziehen auch eines Tages. Das ist eine gute Idee. Wir machen dort ein Mietgrundstück hin, damit sie dort Urlaub machen kann. So, wir machen jetzt hier irgendein Grundstück als Mietgrundstück. Was ist das denn hier? Das ist ein großes Grundstück. Wir brauchen so ein kleines. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme dann das hier. Ihr müsst leider ausziehen. I'm so, so sorry. Aber es geht nicht anders. Dieses Grundstück werde ich jetzt planieren. Oh, perfekt. Hier so am Hafen. Das ist super. Hier ist es super dreckig. Ich meine, das wäre natürlich auch cool, wenn sie hier dann ihr erstes Grundstück... Das gefällt mir natürlich nicht. Wenn sie hier dann auch ihr erstes Grundstück haben würde, ne? Und sich dann irgendwie, ja, hocharbeitet und nach da hinten ziehen würde. Das fände ich schon ganz cool. Aber hier wird sie jetzt hingehen, weil sie gehört hat, dass eben die Stadt so schmutzig ist und so. Und sie möchte dann hier einfach auch die Welt verbessern und geht direkt hierher mit ihrem Zelt. Wir müssen ja noch eins kaufen. Oh nein, habe ich schon... Ne, habe ich noch nicht. Okay. Ich muss nämlich noch hier umändern in Mietgrundstück. Ach was, wir können doch eigentlich direkt ein Zelt hinballern. Dann machen wir doch direkt hier so ein Zelt hin und einen Grill. Zwei Zelte, weil Imran schläft ja in seinem eigenen Zelt im besten Fall. Und dann können sie hier beide zelten. Irgendwelche Zelte, die so ein bisschen ranziger sind. Schon ein sehr schönes Zelt. Ich hätte gerne ein ranzigeres Zelt. Naja, okay. Machen wir halt ein schönes Zelt. Dann machen wir Lagerfeuer. Ich frage mich nur, ob wir eine Toilette hinmachen sollten. So eine städtische Toilette. Bestimmt. Na, die müssen ja auch pieseln. Ich meine, hier sind ja keine Pinkelmöglichkeiten. Ne, das wäre schon eklig. Wir machen eine Toilette hin. Luna Marie ist eigentlich gar nicht der Typ Mensch, der jetzt einfach von zu Hause abhaut. Aber ihre Beziehung zu ihrer Schwester ist ihr schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass es ihr arg wehtut gerade, dass ihre Schwester sie so angeschrien hat. Und vielleicht hat sie Imran auch davon erzählt. Und Imran hat sie überredet. Das kann ja auch sein, dass er auch gerade eine schlechte Phase hat. Und dass er dann auch gesagt hat, so, hey, komm, weißt du was? Lass uns uns treffen und lass uns einfach abhauen. Und ich will auch zu Hause raus und Luna Marie dann so abhauen. Aber meine Mom wird sich Sorgen machen und mein Dad. Aber es reicht doch langsam, Luna Marie. Du musst dein eigenes Leben gehen. Lass uns zusammen abhauen. Dann wird sie sagen, ja, okay. Und dann hauen sie zusammen ab. Nicht lange, nur für ein bisschen. Vielleicht wird Romy sie ja auch finden. Wann er auch sein. Dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, dass Romy noch einen Auftrag offen hat, den wir machen müssen. Weil wir haben ihr ja einen neuen Auftrag gegeben für den nächsten Tag. Dann müssen wir dann wieder nach Hause reisen. Gut, Luna Marie. Dann do it again, please. Wir müssen jetzt wieder Urlaub nehmen. Bitte nur mit Imran. Mit keinem sonst. Ja, ich komm mit Imran. Ich muss mich nur rausschleichen. Wir schleichen uns raus. Jetzt ist die Katze dabei einfach. Evergreen Harbour, da ist es. Ja, ja, ja. Wir wollen hier hin. Es kostet neun Simoleons. Okay, cool. Wir machen mal drei Tage draus. Wir können ja jederzeit früher abbrechen oder verlängern. So lange bleiben wir wahrscheinlich nicht. Aber ich will das jetzt mal einstellen. Vielleicht macht sich auch Stella-Anne Sorgen. Jetzt habe ich mein Tagebuch weg. Ich wollte das Tagebuch mitnehmen. Scheiße. Egal. Wir haben ja kein Tagebuch. Ist okay. Die Katze schicken wir aber nach Hause. Ich meine Sam, sie kann ja nicht einfach Sam mitnehmen. Zum Abenteuer. Imran, ich bin so sauer. Dankeschön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Meine Schwester ist so sauer auf mich. Und ich habe nichts getan. Aber warum ist sie denn so sauer? Weißt du? Ich muss dir was erzählen. Ich hatte ein Blind Date geplant. Und ein Blind Date? Das ist doch gar nicht deine Art. Ja, ich habe mich von ihr überreden lassen. Und dann bin ich halt da hingegangen. Wir müssen. Ja, wir werden Sam nach Hause schicken. Und dann habe ich mich von ihr überreden lassen. Von weh? Von Stella-Anne. Okay. Und dann plötzlich stand Felix vor mir. Felix? Ja. Der ist schon sehr süß. Ja. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Stella-Anne auf ihn steht. Und ich habe ihn getroffen. Und jetzt ist sie sauer, weil sie es rausgefunden hat. Wieso hast du es ihr denn nicht gleich erzählt? Machst du mir jetzt etwa Vorwürfe? Nein. Alles okay. Ich will mich einfach hinsetzen. Und... Ist jetzt... Patrick? Nee. Ihr geht beide mal nach Hause. Ich glaube, es geht los. Können bitte beide gehen? Was soll das denn? Wir müssen ihn einfach ignorieren. Oh, merkt ihr das? Hier ist die Luft ganz schlecht. Merken die beiden gerade. Wo sehe ich denn nochmal den ökologischen Fußabdruck? Muss ich das erstmal einschalten? Pack-Einstellung. Nachhaltig leben. So. Das Nachhaltig-Leben-Pack ist nicht in Reisewelt unter Strangerville verfügbar. Wenn deaktiviert, kann nur der Spieler an der Abstimmungstafel abstimmen. Ach, das ist ja blöd. Jetzt müssen wir es mal anmachen. Und ökologischer Fußabdruck-Gameplay aktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wirkt sich nachbarschaftliche Aktionspläne und Sammelobjekte nicht mehr auf die Umgebung aus. Doch, doch. Oh ja. Und jetzt haben wir hier unten ein weiteres Feld. Wie cool. Okay, das ist irgendwie grau. Was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt zusammen hierher setzen und uns mit Imran unterhalten. Oh mein Gott. Girl, was war das denn? Hast du dich jetzt angezündet? Sie muss auf jeden Fall was grillen. Sie grillt jetzt mal ein Veggie-Würstchen. Sie ist ja offiziell keine Vegetarierin. Aber ich fände das sehr spannend, wenn sie eine werden wird. Deswegen, glaube ich, werden wir ihr das dann auch geben. Mach dir doch nicht so einen Kopf, Luna Marie. Du bist eine erwachsene Frau fast schon. Und ich meine, deine Schwester wird sich auch wieder eingriegen. Das ist ihre Jugendliebe. Klar ist sie da irgendwie aufgebracht und sauer. Aber wir sind doch Schwestern. Wir sind Zwillinge. Imran, verstehst du das? Ja, verstehe ich. Ich muss mich kurz ausruhen. Ja, okay. Ökologischer Fußabdruck in... Uh, industriell. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist natürlich nicht so gut. Aber da können wir jetzt nichts anderes machen. Sie muss jetzt hier auf jeden Fall ein Würstchen grillen. Danach legt sie sich auch schlafen. Dass Patrick jetzt hier ist, werden wir einfach ignorieren. Wir können natürlich sagen, er ist ihr gefolgt. Und sie bittet ihn jetzt, dass er nicht sagt, dass sie ihm abgehauen ist. Aber ich glaube, dass sie da erstmal gar nichts zu sagen wird. So, dann kannst du nochmal auf Toilette gehen und dich dann einfach in das Zelt schlafen legen. Es ist so schmutzig hier. Puh. Ich rieche richtig den Smog. Diese Stadt gehört eigentlich befreit von Smog. Ekelhaft. Denkt sie sich jetzt. Und schläft mit diesem Gedanken, dass die Stadt hier wirklich stinkt, ein. Wir gehen wieder zurück nach Hause. Kontrolle auf Marcel umschalten. Wir gehen wieder zurück nach Hause und gucken mal, wie es der Familie daheim geht. Ob sie schon gemerkt haben, dass Luna Marie weg ist. Ich glaube nämlich nicht, dass sie es schon bemerkt haben. Ich glaube, dass sie jetzt erstmal alle zu Bett gehen. Und durch den ganzen Schlaftrubel, weil Stella N. ist auch früh schlafen gegangen heute. Sie ist schon früh in ihr Zimmer gegangen. Dass sie das gar nicht merken. Die denken, gut, Luna Marie wird sich einfach in ihr Zimmer verkrochen haben nach dem Strahl. Weil, ich meine, Romy hat es ja mitbekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Romy morgen früh in das Zimmer von Luna Marie gehen wird. Und schlichten will. Vielleicht vergisst sie aber auch vor lauter Aufregung für ihren Job morgen. dass sie nach ihren Kindern schaut und merkt gar nicht, dass Luna Marie weg ist. Mal gucken. Feuer? Wo ist hier ein Feuer? Ich meine, der Kamin brennt. Aber brennt denn noch irgendwas? Ah! Ah! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Romy, ruf schnell die Feuerwehr an! Romy! Oh mein Gott, es brennt! Der Kamin brennt! Oh mein Gott, Romy, geht er weg! Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Geh weg, geh weg! Hast du das gelöscht? Romy, können wir den Kamin jetzt bitte ausschalten? Machen wir nicht mehr an hier, den blöden Kamin. Oh! Es gab einfach ein Feuer! Und noch ein Grund mehr, warum sie nicht bemerken, dass Luna Marie nicht da ist, weil sie sich jetzt so um dieses Feuer gekümmert haben, dass sie einfach gar nicht gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. Ach du grüne Neune! Oh je, mini, 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 mini. Genau, ihr esst alle mal noch was. Es ist zwar sauspät, aber es ist egal. Danach gehst du bitte auch schlafen. Du gehst schlafen. Es wird natürlich schwierig sein, heute Nacht einzuschlafen nach dem Schrecken des Feuers. Aber es ist wichtig, dass ihr alle schlafen geht. Auch Romy, du musst auch schlafen. Marcel, gehst du bitte auch schlafen? Ja, es gehen jetzt alle schlafen. Okay, sehr gut. Uff! Das Feuer wurde gelöscht. Entschuldigung, wir haben das Feuer gelöscht. Romy hat das Feuer gelöscht, ja? Ich will hier nichts hören. Oh, Atomachrückstände entdeckt. Dieser kleine Hector ist so ein Stressbolzen. Der will immer irgendwas erzählen. Es ist 6 Uhr morgens. Noah ist wach. Schön, Noah. Good morning in the morning drin. Hier ist noch ein Sandwich. Das ist laktosefrei. Dann frühstücke doch bitte das Sandwich. Luna Marie, beziehungsweise, nee, Luna Marie ist nicht zu Hause. Stella Anne geht in die Wanne. Sie will mit ihrer Schwester ja gerade eh nichts zu tun haben, weil ihre Schwester, sie ist ja stinke sauer auf sie. Dann geht Emilia mal auf die Toilette. Ii, wie sieht denn die Toilette aus? Puiuiui. Na, musst du leider trotzdem drauf. Entschuldigung. Geht nicht anders. Habt ihr denn eure Hausaufgaben schon gemacht, Girls? Zeig mal. Ich meine, es war Silvester und so. Wir hatten Party. Aber, oh nein, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Du schon. Fleißig. Stella Anne, du musst deine Hausaufgaben auch noch machen, oder? Nee, hast du schon. Perfekt. Oh, ihr Süßen. Dann steh mal auf. Und vielleicht, Marcel, kannst du hier jetzt einfach mal kurz, ja, Staub saugen, während Romy auch schon aufsteht und sich fertig macht. Denn Romy wird heute einen ganz aufregenden Tag haben. Sie hat mal wieder einen Auftrag. Sie macht ja aktuell nicht so viele Aufträge. Deswegen freut sie sich immer über die Aufträge sehr. Und dafür muss sie natürlich jetzt auch noch sich ein bisschen zurecht machen. Und dann können wir, ja, mit ihr mal wieder renovieren. Marcel, hast du das hier im Griff vielleicht? Schön. Dann ist das hier auch wieder sauber. Ich glaube, hier darf auch mal gestaubsaugt werden. Stella Anne spielt ein bisschen Gitarre. Schön. Kannst du vielleicht auch noch ein paar neue Texte lernen? Oh, Stella Anne ist zum Zupfen geboren. Soll sie sich eingestehen, dass die Gitarre mag? Ja, gerne, Stella Anne. Wenn du sie es gerne magst, dann mag ich das auch gerne. Schön. Und Noah geht schon zur Schule. Ja, der ist heute früh dran. Das passt, Noah ist nicht aufgefallen, dass seine Schwester nicht zu Hause war. Marcel ist auch schon wieder am Rechner. Der wird jetzt nochmal auf Toilette gehen. Und ich glaube, der muss heute auch arbeiten, oder? Zwei Tage bis zur Arbeit, gut. Der wird aber wahrscheinlich kaum aus seinem Büro rauskommen, weil er den ganzen Tag jetzt noch was dafür tun wird. Romy hat in einer Stunde den Auftrag. Perfekt. Dann wird Marcel einfach an seiner Debatte arbeiten. Und Romy ist jetzt noch schnell am Frühstücken, weil sie merkt, okay, die Zeit wird eng. Sie muss gleich los. Stella Anne, gehst du bitte in die Schule? Es wird Zeit. Ja, Mom, ich bin doch schon auf dem Weg. Sind denn sonst alle los? Ja, ich glaube schon. Gut. Dann gehst auch du zur Schule. Und deine Schwester auch. Die macht die Hausaufgaben jetzt nicht fertig. Schön. Abfahrt. Los, Schatz, du bist schon viel zu spät. Ja, Mom, ich bin doch schon unterwegs. Nicht, dass du den Bus verpasst. Nein, nein. Schön, schön. Alle Kinder in der Schule, denkt Romy. Und wir machen jetzt gleich den Auftrag. Ich bin gespannt, wie das Wohnzimmer aussehen wird. Und wie viel Budget haben wir denn? Nur 2007 und jetzt hier wo, Jot? Oh, da ist wenig. Aber wir haben, wir haben ja zum Glück. Also, wir haben ja zum Glück, ne? Ein bisschen, ja, CC-Möbel. Damit wird es schon möglich sein, ein schönes Wohnzimmer einzurichten. Ja, für Marcel ist es schwierig, sich nochmal befördern zu lassen. Fände es aber schon schön, Marcel, ne? Wenn du nochmal ein bisschen und so weiter. Ja, wir wollen auf zur Arbeit. Ich komme mit der Romy mit. Wir kommen alle mit der Romy mit. Wir wollen nämlich sehen, wie schön sie dekoriert und einrichtet, ne? Wisst ihr das Schein? Wir wollen das sehen. Wir wollen dabei sein. Und da müssen wir mal gucken, ob wir diesen oder vielleicht erst im nächsten Part dann das Umstyling mit den Zwillingen machen. Denn ich habe ja gesagt, ich würde gerne Romy mit den Zwillingen zusammen in ein Einkaufszentrum schicken. Vielleicht, wenn Luna Marie dann wieder zu Hause ist. Wenn sie sich wieder daheim wohler fühlt, ne? Wenn sie zurückgekehrt ist, sozusagen. Oh, oh, was ist denn das für ein schönes Haus? Stranger Will. Guten Tag, Liesl. Hallo. Bleiben Sie bitte stehen. Oh Gott, sind das viele Menschen. Wir werden jetzt mal jeden nach seinem Geschmack fragen, dass wir verschiedene Geschmäcker bekommen. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder ob das reicht, wenn es einem perfekt gefällt, anstelle alle mal kurz anzufragen, wie es aussieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass... Oder? Wer ist denn Familienoberhaupt? Junge Erwachsene? Junge Erwachsene? Junge Erwachsene? Gibt es hier noch jemanden im Haushalt? Nö. Er sieht nett aus. Wir fragen ihn mal nach seinen Vorstellungen. Ich weiß wirklich nicht, was besser ist. Das müsste man vielleicht einfach mal ausprobieren, ne? Ob es besser ist, eine nach allen Fragen, nach allen Meinungen zu fragen oder halt verschiedene einzuholen. Kevin hat großen Hunger. Gut. Da sind dann die beiden Babys, die ich gerade gesucht habe. Oh! Elena und Kevin. Was mögen sie nicht? Mag keine... Oh mein Gott. Mag Medienproduktion nicht? Mag keine Basic-Deko? Mag Wellness? Mag Geschicklichkeit? Gut. Schön, dass wir das alles jetzt ins Wohnzimmer kriegen dürfen. Mag Raumfahrttechnik? Ist es dein Ernst, Fräulein? Raumfahrttechnik? Was zählt jetzt alles Wohnzimmer? Das hier und das hier oder was? Ist ja eigentlich der Flur, ne? Ist das hier wahrscheinlich das Wohnzimmer. Na gut, dann gehen sie bitte. Ich kümmere mich um ihr wunderschönes Haus mit Raumfahrttechnik und allen Dingen. Auf Wiedersehen, Alice. Auf Wiedersehen. Tschüss, bitte gehen sie jetzt. Gehen sie, gehen sie, gehen sie, gehen sie, gehen sie. Vielleicht können wir noch ein bisschen tratschen und noch irgendwas verändern. Vielleicht über Dekotrends reden? Können wir eure Meinung nochmal ändern? Anderen Dekostil vorschlagen? Mag keine Gartendeko? Okay, dann lege ich jetzt mal los. Gut, dass wir so viel Budget haben. Vielen Dank für nichts. Bitte gehen sie jetzt. Komm Romy, mach mal ein Foto. Ja, also es ist nicht so ein schöner Raum auf jeden Fall. Jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich weiß nicht, ob ich da was Schönes rauskriege, ne? Ich versuche ein paar Pflanzen zu platzieren. Aber warte mal, sie mögen keine Gartendeko. Oh, aber Pflanzen zählen da hoffentlich nicht mit rein, ne? Ich weiß auch nicht, ob wir den anderen Raum... Aber das sind ja zwei verschiedene Räume, auch wenn da jetzt nur eine Tür ist. Also so ein Bogen, glaube ich, zählt das nicht mit rein. So, haben wir. Raus da, Romy, wir müssen renovieren. Dann würde ich sagen, lege ich direkt los. Und wir sehen uns gleich nach einer kleinen, aber feinen Renovierung wieder. Ich bin mal gespannt, ob ich diese ganzen Punkte berücksichtigen kann. Bis gleich. Raus da, Romy, wir müssen renovieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 um ihre Tochter. In der Zeit wird sie jetzt hier sich mit Imran nochmal schlafen legen und vielleicht kann sie ihr Handy einfach ausschalten. Kann man das irgendwie simulieren, dass das Handy ausgeschaltet ist? Ich habe das Handy mal auf stumm gestellt. Sie will nämlich gerade wirklich einfach auch keinen Anruf von ihrer Mom erhalten. Sie will einfach ihre Ruhe und ihre Schwester will sie auch nicht hören. Und ja, das wird so der Abend sein. Sie wird sich jetzt einfach hier verstecken, mehr oder weniger. Und Romy wird sich daheim große Sorgen um ihre Tochter machen, während wir diesen Part an der Stelle beenden. Und im nächsten Part werden wir das Umstyling machen. Das heißt, ich werde unsere zwei Ältesten auch nochmal umstylen. Die werden ein Teenager Umstyling bekommen und wir werden den Geburtstag von Romy feiern. Romy wird schon zur Seniorin. Das heißt, es gibt noch ein Umstyling und zwar Romys Umstyling. Vielleicht können wir bis dahin, also im nächsten Part dann auch wieder ein bisschen mehr Familienidylle schaffen. Nicht ganz so viel, weil ich will weiterhin, dass Luna, Maria und Stella an sich so ein bisschen clashen sollten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eben Romy versucht die Wogen zu glätten, besonders zu ihrem Geburtstag. Dass sie vielleicht nochmal einen kleinen Ausflug irgendwo hinmachen mit der Familie oder zumindest versuchen. Oder dass Romy vielleicht sogar ihren Geburtstag nur mit Marcel verbringt. Das würde ich mir auch mal wieder wünschen für die beiden, dass sie einfach auch mal ein Date wieder haben, mal zusammen rausgehen. Vielleicht ist das auch das, was wir machen wollen, dass sie nur zu zweit eben weggehen. Genau, das ist so der Plan. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Story haltet, wie die Beziehung zwischen Luna, Maria und Stella weitergehen soll. Ich glaube nicht, dass die beiden sich jetzt für immer streiten werden. Wenn sie erwachsen sind, können sie da bestimmt auch drüber lachen. Aber jetzt für den Moment ist auf jeden Fall Stella sehr, sehr sauer. Und Luna, Maria ist auch sauer, dass ihre Schwester deswegen sauer auf sie ist. Noah wird auch bald älter werden. Das heißt, Noah geht bald zur Uni, beziehungsweise wird dann von Sanmai Shuno aus, die Uni besuchen und dort mit seiner Paula in ein schönes Apartment ziehen. Das werde ich euch dann auch mal zeigen. Vielleicht können wir dann auch mal ein Part bei Noah spielen, damit wir ihn da auch schön in gute Hände geben in seinem neuen Apartment. Und ja, das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und ich bin sehr gespannt, wie euch Evergreen Haber auch gefällt. Ich glaube, dass ich hier Luna, Maria sehr viel gut machen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, meine Lieben und Tschüssli!